Auf der IFA 2017 sind wir jetzt hier am Strand von Philips und neben mir steht der Airfrye Advanced XXL. Airfry ist eine Heißluftgritteuse, wie der Name schon sagt, XXL deshalb, weil der Korb hier besonders groß ist. Also wenn man da mal reinschaut, da passen das zu 1,5 Kilogramm an Speisen rein. Das heißt, ihr könnt sogar ein komplettes Brathuhn da drin fertig garen. Das Besondere hier an diesem Heißluftgritteuse ist die Twin-Turbostar-Technologie. Die Twin-Turbostar-Technologie erzeugt so eine Art Heißluft-Tornado. Also sprich, die heiße Luft wird hier mit einer Geschwindigkeit von 70 kmh durch das Gerät gepustet und durch die Speisen sozusagen. Und wenn man heiße Luft beschleunigt, dann wird sie noch heißer und das führt hier bei dem Gerät dazu, dass ihr eigentlich gar kein Fett mehr braucht, um zu kochen. Ihr könnt einen kleinen Schuss Fett dazu machen, aber es ist nicht notwendig. Das überschüssige Fett aus den Speisen wird herausgezogen und tropft hinab in den Korb, könnt ihr dann entsorgen. Die Oberfläche der Speisen wird ganz schnell versiegelt durch die heiße Luft und alles, was an Flüssigkeit in den Speisen ist, bleibt auch darin, sodass das Essen schön feucht und lecker wirkt. Diese Heißluftgritteuse hat hier ein Bedienfeld, das ihr nutzen könnt. Ihr könnt aber auch die passende App nutzen und das Besondere an der App, die haben wir hier genau daneben, ist, dass hier halt fertige Rezepte in Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit drauf sind. Das heißt, ihr könnt euch hier ein Rezept aussuchen, schaut euch dann die verschiedenen Zutaten an, schaut, was ihr da habt, was ihr für ein Equipment braucht, was ihr für einzelne Steps erledigen müsst. Und geht dann einfach auf Start und werdet quasi Schritt-für-Schritt durchgeführt, sodass euch eigentlich mit diesem Gerät theoretisch nichts schief gehen sollte. Und jetzt schauen wir uns bei Philips noch ein bisschen um. Wir haben hier nämlich noch was anderes gesehen, was uns interessiert. Das seht ihr aber im nächsten Video.